Sorge dafür, dass du in den nächsten Minuten nicht gestört wirst. Mach es dir bequem, lege oder setze dich hin, komme zur Ruhe und schließe deine Augen. Atme nun dreimal tief in den Bauch ein und aus. Sollten Gedanken kommen, lasse sie wie Wolken vorbeiziehen. Halte nicht an ihnen fest und konzentriere dich wieder auf deinen Atem. Lasse deinen Atem ganz natürlich fließen. Konzentriere dich dabei aufs Ein- und Ausatmen. So nutzt du den Atem, um deine Aufmerksamkeit nach innen zu lenken. Erlaube dir bei jeder Ausatmung alles loszulassen, was dich beschäftigt. Gib nach außen ab, was du nicht mehr brauchst. Konzentriere dich nun nur noch auf deinen Atem. Lege dir vielleicht eine Hand auf den Bauch, um das Ein- und Ausatmen zu spüren. Oder spüre den kleinen Lufthauch an deiner Nase, wenn du ein- und ausatmest. Sollten dich deine Gedanken nicht in Ruhe lassen, dann denke beim Einatmen Ruhe und beim Ausatmen loslassen. Bündle deine Konzentration auf deinen Atem. Er hilft dir, dich zu entspannen. Wenn du dich aufs Ein- und Ausatmen konzentrierst, unterbrichst du dein Gedankenkarussell. Ruhe loslassen, einatmen ausatmen. Bewege nun deine Füße und deine Hände. Strecke dich, wenn du magst. Komm zurück in den Raum, in dem du dich befindest. Atme noch einmal tief ein- und aus. Öffne dann deine Augen und spüre der positiven Energie nach. Genieße für einen Moment noch die Entspannung und kehre dann in deinen Alltag zurück. Bewege. Bewege.